Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lars, ich bin Synchronsprecher, Schauspieler, Fotograf, Filmemacher, Aktivist, Rollenspieler, alles in allem bin ich Geschichtenerzähler. Und auf diesem Kanal findet ihr Geschichten, die die Welt ein Stückchen besser machen. Von Fragen über Fragen, wo ich spannende Menschen interviewe zu den wichtigen Fragen unserer Zeit. Von sozialer Gerechtigkeit über Nachhaltigkeit, Veganismus und, und, und. Und ich gebe Menschen eine Bühne, die sonst vielleicht nicht überall zu Wort kommen. Und ihr findet hier Kurzfilme, Musikvideos, Blicke hinter die Kulissen, alles, was ich so kreativ mache. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da, klickt auf das kleine Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf meinem Kanal.